Das sind dann so Sachen, da müsste ich blocken, naja nicht mal blocken, ich müsste ausweichen. Aber ich bin mit dieser Klasse natürlich noch nicht ganz so warm, wie ich es gerne wäre. Ich habe heute vorm Tag schon mal ein Stündchen oder zwei den ganzen Kramen nochmal gespielt. Auch als Rogue, um mich so ein bisschen auch mit der Steuerung nochmal vertraut zu machen. Weil, wie gesagt, Krieger die ganze Zeit gespielt, dass ich so die Moves jetzt mir mal angeguckt habe und dass ich ihn nicht ganz so aufs Maul kriege. Aber das wird noch früh genug passieren, dass ich hier so richtig schön fühle und hier sitzen werde und dann nochmal mittendrin nach Hause machen muss. Ist mir bei The Search ja auch passiert, das ein oder andere Mal. Und ich glaube, im New Game Plus, was ich ja noch komplett aufnehmen muss, wird mir das noch ein paar Mal passieren. Das hier ist ein verwundeter Mönch. Das ist so quasi die erste Quest. Die erste Mini-Quest oder Sub-Quest oder Neben-Quest, die ihr absolvieren könnt. Du, hilf mir! Bitte! Was passiert mit deinem Hand? Spider-Venum. Es schlägt, wie Adir selbst hat es. Rippe die Wund und die Züge aus. Too late. Es hat bereits gespürt. Es gibt nur eine Art Weg, die Züge auszupfen. Spreite die Züge auszupfen von der Körper. Du willst mir meine Arm auszupfen? Du bist ein Mad-Man! Dann, dann sehen Sie die Züge, dann. Ich kann es nicht. Ich will es nicht. Es ist in deinen Handen. Alles klar. Auf deinem Kopf ist es. Ah! 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 Ich habe jetzt die Axt-Dan. Du brauchst jemanden, um dich aufzuhören. Du wirst nicht lange in dieser Lage sein. Ich bin der Healer-Monk hier. Und ja, ich sehe die Ironie der Situation. Du musst haben, die Supply. Ich bin. Sie sind in der Laboratur. Aber der Ort ist voll von Rogar-Beasts. Es ist kein Problem. Ich werde da nicht in dieser Lage sein. Hier. Geh diese. Danke. Wenn wir beide überwinden, um die Schlagstern-Citadel zu sehen, hoffe ich, dass unsere Schritte wieder überwinden. Und stelle mich hier unten diesen ekligen Spinnenbiestern. Die so eklig sind, dass der Spieler sogar den Fokus verliert. Und genau. Gibt es eine Truhe? Nein, das wollte ich nicht. Falsche Taste. Peinlich, ne? Naja. So, Hot Blood. Das ist ein neues Armor Set. Was ich jetzt in Teilen bekommen habe. Und das werde ich auch direkt schon mal anziehen. Es gibt auch Rüstungsboni für komplette Sets. Aber da pfeife ich jetzt erstmal drauf. Denn unser Rogue Light Armor ist gegenüber dem Hot Blood Light Armor wesentlich besser ausgestattet. Natürlich auch ein bisschen schwerer. Aber das macht nichts. Denn wenn wir weiter aufleveln, dann... ...bekommen wir auch... Also wenn wir Agility aufleveln, dann kriegen wir auch ein bisschen... ...Energy dazu. Können jetzt natürlich auch Endurance aufleveln, aber das spare ich mir jetzt erstmal. Und... ...irgendwann später bekommen wir auch die anderen beiden Teile von diesem Set. Und dann kriegen wir den Set-Bonus, welcher immer das auch ist. In The Search steht der Set-Bonus hier in den Options. Oder in den... ...Statistics. Hier irgendwie nicht. Das ist immer doof. Aber... Naja. Hier ist ein Mönch, der ist nur durch den DLC verfügbar. Ich weiß gar nicht gerade, wie der heißt, aber es ist halt ein DLC-Mönch. Du... Geh weg von mir! Don't hurt me! I've no mind to take your life. You have my thanks. But understand your markings... ...your face. You... ...frighten me. There are demons infesting the whole of this place. Flee if you wish to live. Everyone took refuge in the Citadel. Antanas, our leader, gave oath that he would mark the way to the remaining entrance. But I can't follow the signs when the whole place is teemed by those monsters. I'm trapped. I'll keep an eye on the markings. Listen carefully. This trinket will help you discover Antanas' markings. There are three signs I know of. Please find them. Return to me as soon as you locate the signs Antanas left for us. If you help me, I'll give you something of interest in return. ...the prophecy in the way. And... ...the prophecy in the way. ...we need three signs of Antanas... ...mean... ...freimachen. Also... ...find... ...and activate, so that the monster can fly. ...ok, then... ...you... ...so... 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 ...and here, the last one. das erste zeichen und das symmetries hat was wir gerade gefunden haben das solltet ihr benutzen wenn ihr krieger spielt ich wechsle ich immer zwischen ihr und wir also das solltet ihr benutzen wenn ihr einen krieger spielt und zweihändige waffen führt weil da kriegt ihr dann einen bonus drauf deswegen symmetry komisch dass meine attacken unterbrochen werden ob ich das überlebe gott sei dank das ist du 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 komm herr reichmann so das war auch knapper als gedacht 9 night on watch how could the rohkar get inside the sacred walls of keystone appeared out of them this fallen gelassen nein diese drohen mit den weißen dingern da könnt ihr runen einsetzen um die aufzumachen das heißt ihr solltet immer ein paar runen bereit haben aber in der regel findet ihr genug davon die tür ist zu aber da kriegen wir später noch eine schüssel die nehme ich doch sofort an mich ich muss ja mal ganz kurz hier meine sachen mal umdingsen so jetzt habe ich hier magie regenerations dinge und 16 so weil hier die messer und alles die skalieren mit agility war hier nicht auch eine truhe nein so mal gucken ob ich mich an den hier anschleichen kann super perfekt also in der regel immer wenn ihr hier sowas scratch da habe ich doch eine waffe gefunden amongst staff butcher scratch ähm was sagt die denn 15 100% 85 energy also wir brauchen weniger energie die wiegt weniger und hat ein bisschen mehr basis schaden also wir machen jetzt damage 15 hier aber auch damage 15 aber die dinger verbrauchen weniger energie wenn wir die zweihändig führen also sollte ich die dann doch erstmal behalten so hier kommen wir wieder zurück zur brücke zeige ich immer ganz kurz hier waren wir schon hier waren diese spinnen dinger hier war der gegner hier waren die spinnen und hier steht halt der knilch und dann geht es hier wieder zur brücke und da sind wir im endeffekt gerade rausgekommen so jetzt werden wir die fernkampfwaffe in diesem spiel hier finden den magischen handschuh damit können wir feuerwelle verschießen oder irgendwelche streugeschosse oder sonst was ich habe eigentlich lieber die feuerwelle genommen oder die energie projektile und die kann man dann später auch zu feuer dings aufbauen so hier ist das zweite symbol kann man hier auf das tor aufmachen dann kommen wir jetzt zurück wo wir gerade waren hier hier sind wir ja gerade da sind wir gerade runtergegangen und die level sind schon recht verwinkelt so was müssen wir hier irgendwie dem bogenschützen ja ausgerechnet hallo lass mich hier rein und ich bin gestorben juhu weil dieses blöde level design wieder naja ich bin selber schuld ich bin selber schuld aber gut mehr chancen experience zu holen und jetzt seht ihr auch unten links die anzeige 100 prozent das ist unsere experience die wir verloren haben die wir wiederholen müssen also das ist auch soweit bekannt aus the surge und je länger wir brauchen desto weniger unsere experience bekommen wir wieder also wenn wir zu lange brauchen dann löst sich dieser geist in wohlgefallen auf das schöne ist wenn wir halt hier kämpfen dann hält das länger so schön backstabben und in der zwischenzeit halt den multiplier wieder aufbauen sooo krass krass kann ich hier auch noch einmal hin also muss hier echt jeden tot sooo krass sinnvoll nutzen einfach um hier nochmal so ein bisschen zu leveln und später wird es dann auch natürlich amulette geben die einem für jeden kill lebensenergie zurückgeben und solche geschichten da hat er jemand zu lange gewartet sooo komm und natürlich haben wir am anfang auch noch sehr wenig lebensenergie und müssen halt entsprechend aufpassen aber das wird alles schon wenn ich mich nicht sonderlich dämlich anstelle ich muss halt gucken dass ich möglichst hinter die größeren gegner komme bis wir später waffen haben mit denen wir die recht gut one hitten können oder oder in diesem falle drei oder vierfach hitten so und du kommst jetzt mal schön mit drauf hier sehr schön sehr brav so eine fackel ich denke immer hier liegt noch immer irgendwie zeug so steh auf so steh auf die lassen halt immer wieder mal was fallen so und gleich bin ich da wo ich gefallen bin jetzt können wir uns hier wieder an den herrn anschleichen aha leathers forward coming ich habe dann ein multiplier von 1,32 müsste aber auch direkt mal drauf achten ja 1,34 hier war doch auch noch irgendwas hab ich genau jemand hier nein ja und hier hat es uns zersägt aber zum glück ist jetzt dieser eine gegner nicht mehr da jetzt finde ich mich hier schön um den woher ich denn die magische Energie hätte und da geht seine Waffe fliegen Die ist so richtig gestartet. Genau, das ist jetzt die Beschreibung dieses Handschuhs. Jetzt gehen wir einmal zu dem Mönch hier zurück und sagen ihm, dass hier alles aktiviert ist. Und ja, das Item, was wir jetzt bekommen haben, ist quasi ein Kompass, der Geräusche macht, wenn wir irgendwo sind, wo es was zu holen gibt. Aber wie gesagt, für mich ist das Item eigentlich Quatsch. Ja, für ganz neue Spieler, die nicht so erkundungsfreudig sind, da ist es manchmal ganz gut. Es ist ganz gut, um versteckte Wände oder versteckte Räume zu finden. Aber ich behaupte mal, dass ich so ziemlich alle Räume gefunden habe und das deswegen nicht brauche. Mal gucken, was habe ich dann sonst noch für Trinkets. Ich habe den Kompass und den Guide of Antannas. Ich mache ihn trotzdem mal an, bis ich was anderes habe. Einfach mal so. So, das ist der nächste Safe Point. Wo ist es? Wo ist was? Zurück! Das hat dich nicht zu beschäftigen. Was auch immer du willst, hast du nicht eine Antwort von einem totem Mann. Es scheint, es ist dein Glück, Alter Boy. Was war das? Sie sind liens, und besser gesagt, nicht nur sie haben meine Familie verwendet, sondern sie haben den Weg gebrochen. Der Weg? Ein Weg zu Pläts, die sonst nicht reachable sind. Pläts, die sich die Geheimnisse halten. Und die Geheimnisse halten. Ich war da, wenn die Rogar kam aus dem Weg. Warum bist du so sicher, es ist hier noch nicht? Es ist im Buch der Linieage, und der Buch nicht lief. Du bist sicher, diese Friars stole von dir? Ich habe sie immer für Buchwürmer, nicht Lifters. Geh nicht ein Fuss. Die Menschen hier sind nur so schwitzt und korrupt, wie die Menschen außerhalb. Ich glaube, Antanas, dieser Saviour, kann es. Sie bled die Villageren aus den Jahren verletzt. Sie denken, die Menschen vergessen, dass die Wahrheit getrennt wird mit den Böden sie geholfen haben. Aber sie sind falsch. Ich weiß, was sie getan haben. Das ist ein Monastery. Keine Frauen verletzt. Keine Frauen verletzt. Keine Frauen verletzt, aber hier bist du. Wenn es um eine Inquisition zu sein, erzähl mir über die Constellation auf deinem Gesicht. Ah, ich dachte nicht. Wir lassen beide unsere Geheimnisse. Ich muss gehen. Seid dich selbst. Ja, sehr Charming. Und sehr Lippensynchron vor allen Dingen. Ähm, genau. Ich werde jetzt auch hier wieder nur meinen Checkpoint setzen. Und sonst nichts zu, denn hier gibt es noch einiges zu tun. Oben stand ja gerade der Wobenschütze. Den haben wir ja schon weggesnipert. Äh, genau. Dann können wir nämlich hier wieder runter. Und da hört ihr jetzt schon, hier gibt es was zu holen. Dieses... Hört ihr das? Ne? Boah. 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 Naja. Das ist halt das, was der Ring macht. Sonst nichts. Schön von hinten erwischt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hallo Truhe. Da seht ihr auch eine Schmiedestation. Also ein Schmiedehammer. Da können wir dann später unsere Waffen aufbessern. Also die Runen platzieren. So. Lethal Secret. Secret Short Sword. Das kann ich glaube ich sogar auch zweihändig tragen. Lethal Secret. Agility Requirements. Nanana. Damage 15. Damage 20. Probiere ich doch einfach mal. So. Sonst aber nichts Neues. Sealed Runes. Genau. Die Sealed Runes Big. Die brauchen wir später. Die kriege ich halt von besiegten Bossen. Das Lion's Head Shield ist von einem DLC. Öh. Und ja. Was gibt es jetzt hier zu holen? Jetzt kommen wir hier noch. Hier ist nämlich der Typ, der uns vorhin die Hölle heiß gemacht hat. So. Komm her. Finde deinen Weg. Und. Nee. Ich fettrolle noch nicht. Es sah aus, als ob ich fettrollen würde. Oder Medium Rolling. Äh. Gerade angesagt ist. So. Und hier geht es wieder rauf auf die Brücke. Also ihr seht schon, das Level Design ist sehr kompakt. Sehr viele Shortcats, die man hier freischalten kann. Äh. Leider halt auch nicht ganz so gut wie in Dark Souls. Und. 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 Ja. Und. Äh. Äh. Habt ihr gesehen. Ich hab mich hier runterfallen lassen. Äh. Da gibt es nämlich den Schlüssel für diese Tür. Und. Wir könnten jetzt nicht. Ich. Trinke jetzt auch mal einen Heiltrank. Ich. Gehe jetzt einfach mal das Risiko ein. Weil ihr könntet nämlich von oben wo ich runtergesprungen bin. Gibt es auch eine Treppe nach unten. Da ist dann eine Spinne, die. Anfangs noch ein bisschen overpowered ist. Oder so könnte man meinen. Also das ist das erste Mal, dass ich wirklich. Ohne solche Probleme im New Game dieses Vieh platt gemacht habe. Also okay. Äh. Ich hab erstmal im ersten Durchlauf gedacht, das ist ein Zwischengegner. Aber es ist einfach nur eine Spinne. Die respawnt auch nicht mehr. Das ist sehr gut. Und. Das ist halt hier das Labor, von dem der eine Mönch vorher gesprochen hat. Den wir die Hand abgehackt haben. Und. Rune. Hier steht noch irgendwo eine Truhe da. So. Jetzt. Auch noch eine Tür, die wir aufmachen können. Die führt aktuell noch in eine Sackgasse, weil wir den entsprechenden Schlüssel nicht haben. So. Hier müsst ihr aufpassen, wenn ihr keine Experience bekommt, dann stehen die Gegner nochmal auf. So. Jetzt aber. 82 Experience mal 1,5. 5341. Das rechnet sich langsam. So. Denn wenn wir jetzt hier rauf gehen. Sind wir wieder hier. Und hier bin ich herunter gesprungen. So. Denn. Die gute Jettka, die Dame von gerade eben, hat ja davon gesprochen, dass sie ein äh äh äh. Das hier ein Dolch sucht. Und den Dolch findet ihr in den Türmen. So. Und genau. Mit dem Schlüssel, den wir jetzt gerade haben, kann ich jetzt diese Tür aufmachen. Gibt es hier noch einen Audio-Lock. Das ist meine 6. Nacht auf der Karte. Die Feuer sind auf dem Horizont von Böger. Aller umfassende Silenz fallen. Vielleicht haben die Böger geflogen. Ich hoffe, die Wolle werden bald zu Hause zurückgekommen. Der muss sehr blind sein. Mich hier nicht zu sehen. Das war als Glück, dass ich ihn gerade während einer Attack-Animation getötet habe. Der hätte mich voll erwischt. So. Fade-X. Hier müsst ihr aufpassen. Hier bin ich auch mehr als einmal runtergefallen. Hier ist ein Loch. Da müsst ihr Anlauf nehmen und springen. Hier versteckt sich auch ein Gegner. Ganz fieserweise. Dort ist auch jemand mit einem Bogenschützen. Ich mach das auch immer ganz gerne nicht lockt. Die dann mit einem Warnschuss vor die Breitseite dann hier in meine Richtung. Die dann hier zu einer Attacke zu provozieren. Und auch der steht nochmal auf. So. 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 Ok. Stab. Und noch eine Büffik. Ohne. In개. Was gibt es hier übrigens auch ein Achievement. Dass könnt ihr hier ganz einfach erhaschen. Ihr müsst, also wenn ihr nach vorne drückt. Und, glaube ich, L ist es. Oder. Aber das. Oder. Genau wie war das. Irgendwie konnte man treten. Irgendwie konnte man treten. Man kann hier den Gegner nämlich hier in dieses Loch treten. Und dann gibt es einen für Keystone, also für Sparta, ein Achievement. So, jetzt kommen wir nämlich hier rauf in den ersten Watchtower. Jetzt muss ich einmal gucken, wo bin ich? Ah, Tür. Jetzt werden wir diesen Herren hier auch nochmal hoffentlich anschleichen. Mist. Und da seht ihr schon liegen Jettgas. Jettgas Dolch. Den wir hier auch tunigst zurückgeben sollten, um ihre Questline voranzubringen. So, den mache ich jetzt einfach mal mit bisschen Magie kaputt. Der nächste Scheiß hat. Das Problem ist, die sind extrem stark. Also, im Vergleich. Ich bin auch nicht weithändig ausgerüstet, wie ich gerade sehe. Also, deren Schläger hauen richtig rein. Das Problem ist, dass wir hier in den nächsten Mal sehen.